Lieben da draußen, warum es kein Live-Team die letzten paar Tage gab, gab es kein Problem, nämlich mein Kabel vom Rooter zu die Wohnstube zu legen. Ist noch nicht da, aber ansonsten, so funktioniert erstmal weit alles der Rooter. Hab noch nicht abgescheckt, wie schnell meine Internetverbindung ist, das mach ich denn, wenn ich dann soweit bin. Und ja, vielleicht klappt es ja, dass wir morgen wieder live zusammenzocken können. Ich hoffe es. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und denkt daran, wenn ihr zusammenzockt, untereinander nicht beleidigen oder so, das macht man einfach nicht. Und auch wenn das andere oder das andere da passiert im Game, ist das bloß ein Spiel, Leute, da draußen. Die draußen in Wirklichkeit ist schöner und angenehmer, wenn man denn draußen arbeiten kann oder so manchmal draußen mal ein bisschen spazieren gehen kann. So, ich wünsche euch viel Spaß damit und lasst euch nicht ärgern, wie sie hören uns denn morgen, so gegen 9.0, wenn alles klappt. Wenn nicht, dann bis dahin eher. Ich gucke dann mal, wie schnell ich fertig war, damit ich das aufbauen und umbauen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.